B sala, ba, ba-d up, ba-d up, ba, ba-d- up, b-d up, ba-d up, ba, bap, bar... verspielt! Hallo liebe Brettspielfreunde, herzlich willkommen bei verspielt. Heute zur Review und zur Regelerklärung von einem kleinen, sehr strategisch und taktischem Zwei-Personen-Spiel. Und das ist Mindpark, hier in dieser Kickstarter-Variante mit dem Kickstarter-Promo-Paket. Um was geht es? Jeder Spieler spielt Kreaturen in seinem Spielbereich und mit diesen greift man später an und versucht die Lebenspunkte des Gegenübers auf 0 zu reduzieren. Das Ganze hat aber noch einen besonderen Kniff, nämlich kann man Kreaturen vom Gegner zweimal im Spiel übernehmen und ihm diese wegschnappen. Und das hat den Reiz von so einem echt argen Gedankenspiel. Ich zeige euch jetzt mal die Regeln und nachher sehen wir uns wieder beim Fazit. Der Aufbau vom Mindbug ist eigentlich sehr schnell erledigt. Jeder Spieler erhält zwei Mindbug-Karten und eine Anzeige der Lebenspunkte. Ich habe hier einfach Würfel genommen und man startet mit drei Leben, also speziell hier einfach den Dreier am Würfel ein. Dann bekommt jeder Spieler zehn Karten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sieben, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann zieht jeder Spieler hier. Ich beginne mit diesem Wert vier. Der nächste Spieler zieht Wert zwei. Das bedeutet, dieser Spieler hier beginnt das Spiel. Man kann sich jetzt mal seine zehn Karten anschauen. Wenn man das getan hat, mischt man seine zehn Karten und zieht fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der Rest ist der Nachziehstapel. Genau das gleiche macht auch dieser Spieler hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und Nachziehstapel. So, und jetzt spielt man eine von seinen Handkarten aus. Prinzipiell sind sie so aufgebaut. Man sieht hier den Wert der Karten, also wie stark sie sind. Dann hat jede Karte hier unten möglicherweise ein Schlagwort. Hier zum Beispiel Raserei. Andere Karten haben auch Robust oder Giftig, Jäger. Es gibt auch noch Raffiniert. Und dann ist hier unten auch noch ein Text beschrieben. Und man muss in seinem Zug entweder mit einer schon ausgespielten Kreatur den Gegner angreifen, um eben es zu schaffen, seine Lebenspunkte auf Null zu senken. Oder man spielt eine Karte aus seiner Hand. Und ich würde jetzt einfach, um das hier zu zeigen, mal diesen Löwenhamster hier spielen. Danach darf ich sofort eine Karte nachziehen. Und jetzt liegt die Entscheidung zuallererst bei dem zweiten Spieler. Er kann jetzt entscheiden, okay, ich möchte diesen Löwenhamster übernehmen. Und dann setzt er einen sogenannten Mindbug ein, dreht diese Karte um. Dieser Löwenhamster würde zu ihm wandern. Und der Effekt, der auf dieser Karte draufsteht, würde jetzt erst ausgelöst werden. Also in dem Fall vielleicht sogar gegen den Spieler, der diese Karte ausgespielt hat. Gegnerische Kreaturen mit der niedrigsten Stärke können nicht angreifen. Passiert also jetzt mal von den Lebenspunkten her nichts. Und es findet auch kein Angriff statt. Wird eine Kreatur mit Mindbug übernommen, Dann ist der Spieler, der diese Kreatur gerade verloren hat, nochmal an der Reihe. Und dieser würde sich jetzt entscheiden. Er spielt diesen Gorillelöwe. Zieht wieder eine Karte. Die Entscheidung liegt jetzt wieder bei diesem Spieler. Ob er wieder einen Mindbug einsetzt, er entscheidet sich jetzt dagegen. Und er wählt zum Beispiel diesen hier, Turbo-Käfer. Und zieht wieder eine Karte nach. Der Spieler möchte jetzt nicht diese Karte übernehmen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ein Angriff funktioniert. Ich sage, ich greife mit dem hier an. Jetzt kann dieser Spieler entscheiden, mit welcher Kreatur er blockt. Er würde jetzt mit dieser Kreatur blocken. 10 ist höher als 8. Das heißt, seine Kreatur ist auf dem Friedhof. Er hätte auch sagen können, nein. Er lasst diesen Angriff durchgehen. Dann hätte er nur mehr 2 Leben. Das will er aber nicht. Das heißt, die Kreatur ist am Friedhof. Und dieser Spieler ist jetzt wieder an der Reihe. Und er greift jetzt beispielsweise mit dieser Kreatur an. Und diese hat hier als Schlagwort angreifen. Das heißt, noch vor dem Angriff passiert das hier. Der Gegner verliert alle Lebenspunkte bis auf einen. Das heißt, der ist weg. Er greift mit dieser Kreatur an. Natürlich blockt dieser Spieler wieder mit 10. 10 ist höher als 4. Das heißt, diese Karte stirbt. Und das Ganze geht immer so lange weiter, bis ein Spieler entweder 0 Lebenspunkte hat, also seinen letzten Lebenspunkt verloren hat. Oder nicht mehr angreifen kann mit einer Kreatur. Beziehungsweise und oder auch keine Karte mehr ausspielen kann. Also sollte er nicht mehr angreifen können und auch keine Karte mehr spielen können, dann hätte der Spieler auch verloren. Man kann seine Lebenspunkte auch über 3 erhöhen mit manchen Karten. All das ist möglich. Und jetzt erkläre ich euch noch die 5 oder 4 Schlagwörter, die auch immer noch auf diesen Karten drauf sind. Also eines, was jetzt noch kein so ein richtiges Schlagwort ist, ist Ausspielen. Das passiert dann, wenn man die Karte eben vor sich hinspielt. Und angreifen hatten wir vorher schon. Schauen wir uns jetzt diese wichtigen Begriffe an, die es noch gibt. Ein so ein Schlagwort gibt es auch noch. Also Schlagwort besiegt. Das tritt dann ein, wenn diese Kreatur auf den Friedhof gelegt wird. So und jetzt kommen wir zu diesen 5 Begriffen, die entsprechende Wirkung haben. Begiftig stirbt die gegnerische Kreatur auch immer. Also egal, wenn jetzt der hier 4 hat und er greift zum Beispiel den Hyenix mit 7 an, der blockt, würde natürlich normalerweise nur der sterben. Weil er aber giftig ist, würde auch der Hyenix abgelegt werden. Dann gibt es Jäger. Wenn man mit einem Jäger angreift, darf man aussuchen, welche Kreatur den Angriff blocken soll. Robuste Gegner können einfach einen Schaden einstecken, werden dann zur Seite gedreht und können bei einem späteren Angriff auch wieder blocken. Beziehungsweise eben 2 Schaden einstecken. Die Raserei funktioniert ähnlich. Hier kann man angreifen. Angenommen, ich blocke mit dem Goblin-Werwolf. Der hat nur 2. Hyenix hat 7. Das heißt, der würde sterben, abgelegt werden und dann dürfte man sogar gleich nochmal angreifen. Also Raserei sind 2 Angriffe hintereinander. Sollte die Kreatur den ersten Angriff überleben. Und die letzte Karte, die es noch gibt, oder das letzte Wort, ist raffiniert. Raffinierte Kreaturen können nur von anderen raffinierten Kreaturen geblockt werden. Und im Prinzip waren das auch jetzt schon alle wichtigen Begriffe. Das Spiel, den Ablauf habe ich euch auch erklärt. Wir sehen uns also gleich wieder beim Fazit. Ja, hier sind wir auch schon beim Fazit von Mindbug. Und wie immer geht es los mit M für Material. Ja, was soll man jetzt zum Material großartig sagen? Die Kartenqualität, finde ich, ist absolut in Ordnung. Ich habe wenige Spiele, oder manchmal habe ich mehr und manchmal weniger, egal. Manche Spiele sleeve ich, manche nicht. Ich habe auf jeden Fall keine Sleeves für dieses Spiel. Sonst würde ich es auch sleeven, weil man die Karten eigentlich dann doch relativ viel in der Hand hat. Aber so vom Greifen her, die sind wirklich qualitativ hochwertig, sind jetzt nicht so besonders dünn, lassen sich auch nicht einfach abbiegen. Daher kann ich nur sagen, materialtechnisch ist das absolut einwandfrei. Die Würfel sind ja, wie gesagt, nicht dabei. Die habe ich dazugegeben. Und ansonsten kann man über das Material eigentlich relativ wenig sagen. Weiter geht es mit dem Artwork. Das Artwork finde ich eigentlich sehr nett und niedlich. Gerade die Namensgebung finde ich da auch ganz nett. Der Vollschnecker, also eine Schnecke, also der Vollstrecker, das sind so irgendwie ganz lustige Namen. Und die passen auch dann zu den entsprechenden Kreaturen ganz gut dazu. Rakeberwerfer, eben weil es der Eber ist. Also finde ich eigentlich auch ganz gelungen. Ich mag ja prinzipiell so fantasievolle Karten und fantasievolle Illustrationen. Das finde ich hier ist definitiv da. Deshalb ist das auch ein Punkt, der für mich passt. Dann haben wir das Spielgefühl, das Spielprinzip. Es ist, ja man kann nicht sagen, ein, sagen wir einfach so ein Magic the Gathering-eskes Spiel. Weil es geht im Prinzip genau um das gleiche wie bei Magic. Man versucht eben bei Mindbug den Gegner auf null Lebenspunkte herunter zu bringen. Und das ist eben ein absolut reduziertes Magic the Gathering. Das aber mir zumindest jetzt, weil ich bin nicht so mittlerweile nicht mehr der Typ, der gerne und ewig lang herumtüftelt. Wie baut er sein Deck? Vielleicht passt die Karte besser. Da geht so viel Zeit drauf. Und bis man das wieder herausgefunden hat, ob es tatsächlich funktioniert, dann adaptiert man wieder. Und dann verbessert man und versucht es wieder. Das heißt, hier überlasse ich es einfach dem Zufall. Ich habe meine 10 Karten, fuck, mit denen kann ich losspielen. Und es ist trotzdem immer irgendwo ausgeglichen und fair, weil es diese Mindbugs gibt. Mit diesen kann man eben vom Gegner die Kreaturen wegschnappen. Und das macht so ein richtiges Gedankenspiel, wo man dann da sitzt, der hat noch zwei Mindbugs. Wenn ich den jetzt spiele, hoffentlich nimmt er mir den nicht weg oder soll ich mir die guten aufheben, bis er tatsächlich seine Mindbugs eingesetzt hat. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit hin und her. Man versucht irgendwie den Gegner auszukontern, auszuspielen, zu blöffen, was auch immer. Und das macht enorm viel Spaß und ist echt ganz cool. Die Effekte können sich auch gegenseitig eben sehr stark kontern oder aufheben. Raffiniert finden wir eigentlich immer sehr schwierig zu spielen, also in dem Sinne eigentlich zu verteidigen, weil man eben auch eine raffinierte Kreatur benötigt. Und dann ist es so, hier gibt es eben die Jäger und mit diesen Jägern kann man dann gezielt die raffinierten Kreaturen wieder ausschalten. Also es ist irgendwie alles ganz gut ausbalanciert. Und es gibt jetzt keine Kreatur, zumindest ist das uns noch nicht aufgefallen, wo man sagt, okay, wer die hat, der hat automatisch gewonnen und dann hat der Gegenspieler sowieso keine Chance mehr. Nein, es ist eigentlich immer extrem spannend bis zum Schluss. Es entscheidet sich immer bei den letzten Karten, meistens, sage ich, bei 90 Prozent unserer Spiele. Es war, glaube ich, einmal nur, dass wir wirklich relativ schnell die Partie beendet haben. Und ich finde, das ist ein großer Pluspunkt, erstens, dass es so schnell geht, da kann man eine zweite Partie locker dran anhängen. Mit schnell meine ich jetzt so 10 bis 15 Minuten im Normalfall. Und es hat halt einen enorm hohen, ja, jetzt will ich was sagen, das später noch kommt, deshalb mache ich es gleich, Widerspielwert, Replayability kommt dann nachher nicht mehr. Auch der ist extrem hoch, weil eben eine große Varianz an Karten vorhanden ist. Schaut vielleicht am Anfang gar nicht unbedingt so aus, aber aus diesem Kartendeck hier gehen schon einige unterschiedliche Kombinationen hervor überhaupt, weil sowieso immer ganz zufällig ausgeteilt werden die Karten. Das heißt, der Widerspielreiz ist auf alle Fälle voll gegeben und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier die Macher auch noch weitere Karten herausbringen werden. Also das ist auch auf jeden Fall ein riesengroßer Pluspunkt von Mindbug. Das Thema, um der Vollständigkeit halber das Ganze, das Thema ist natürlich irgendwo draufgeklatscht. Das ist das ganz normale Thema für so ein Kampfspiel, wo zwei Personen mit Kreaturen gegeneinander kämpfen. Das ist ja wie bei Magic, wie bei, ich weiß nicht, was noch alles in dieser Kategorie Keyforge vielleicht. Ist, glaube ich, irgendwie vorgegeben, passt für mich somit auch. Ist mir in dem Fall eigentlich auch sehr nebensächlich, was hier das Thema ist, weil mir das Spiel einfach ganz gut gefällt. Und der Einstieg, um das auch noch von diesem Master-Schema komplett abzuschließen, der Einstieg ist auch eigentlich ein relativ einfacher. Die Anleitung, finde ich, ist jetzt nicht ganz so übersichtlich gestaltet. Einmal habe ich ewig lang gesucht, wo diese Endbedingungen, also wann das Spiel vorbei ist, habe ich eigentlich lang gebraucht dann, nach dem ersten Mal durchlesen, um so während des Spiels, weil es einfach als Frage aufgetaucht ist, habe ich relativ lange gebraucht, bis ich das dann tatsächlich gefunden habe. Und das steht hier irgendwo so ganz unscheinbar mittendrin. Ich meine, die Anleitung ist natürlich auch minimalst gehalten. Also nur ein Vergleich, das ist die Handfläche, das ist die Anleitung. Prinzipiell gut, wenn man das einmal dann das Prinzip begriffen hat, ist das eigentlich auch sehr schnell gespielt. Und deshalb komme ich jetzt auch ganz schnell schon zu meinem Fazit, die Punktevergabe, und die ist wirklich, würde ich sagen, sehr gut. Ich gebe dem Mindbug nämlich neun Punkte, erstens, weil es schnell geht und doch einen sehr großen Spannungsbogen hat. Zweitens, weil der Wiederspielreiz extrem hoch ist und man immer wieder mit anderen Kartenkombinationen zu tun hat. Und drittens, weil es einfach diese mega Spannungsmomente hat, wo man dann dort sitzt und sich denkt, ach, verdammt, die Mindpugs vom Gegner, ich kann den nicht spielen, weil wenn der gegen mich einsetzt, bin ich quasi chancenlos ausgeliefert. Und gerade das macht hier enormen Spielreiz für mich aus. Wie gesagt, neun Punkte, super cooles Spiel, perfekt zum Mitnehmen in dieser kleinen Box. Also besser kann man ein Zwei-Personen-Spiel, glaube ich, gar nicht produzieren oder in besserem Format auf den Markt bringen, so möchte ich das sagen. Von mir absolut positiv, absolut top, sehr cooles Spiel, Mindbug. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao!